ja richtig nicht auch gerade das problem versuch noch mal mit einem sprühfeuer drauf zu halten ja bitte was sind bitte noch mal mit einem sprühfeuer drauf zu halten bei dir kommt ohne probleme wasser raus aber mit dem sprühfeuer drauf halten bitte das heißt den anfallswinkel ein bisschen hochziehen oder tut sich etwa 0,0 fans als ob es jetzt wieder das problem ist ich kann doch kotzen gestern hat es ohne problem funktioniert bei wenigen einheiten genauso doch doch ja gestern hat es geklappt das machen wir mal neue schlöscher anschließen fd 5 neu an kopplung weil der schlauch leckt die temperaturen gehen hoch ja das liegt aber nicht am schlauch 11 hat verstanden so temperatoren gehen runter ja gehen massiv runter bei mir jetzt ja ja geht massiv runter ok alles klar was geht massiv runter 700 650 ja jetzt läuft 550 vertraut ihr eigentlich eurem gruppenführer hier nicht oder warum seid ihr permanent hier ich hab doch gar nichts gesagt hey ich meine dich einfach nicht verachten was dich jetzt fragst du noch meine frau das sind nur Deko